Ja, herzlich willkommen zusammen. Ich wollte mit euch mal das Ziegenproblem besprechen. Vielen Dank an Lea aka Little Miss Chaos Queen, die im Back, die Backstage hier sozusagen auch Recherche dazu betrieben hat. Ja, das Ziegenproblem ist ein unglaublich interessantes Problem, weil da selbst MathematikerInnen dran gescheitert sind, als dieses Problem in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Das Ziegenproblem, auch als Monty-Hall-Problem bekannt, ist folgendes Problem. Ihr kennt das vielleicht aus einer Fernsehsendung, die es früher mal im Privatfernsehen gab. Im Deutschen hieß die Sendung Geh aufs Ganze mit, ich glaube Jörg Träger hieß damals der Fernsehmoderator. Geh aufs Ganze. Im Englischen hieß die Sendung Let's Make a Deal. Und der Moderator hieß Monty Hall, okay? Und Monty Hall, deswegen Monty Hall-Problem. Im Deutschen hieß es dann wahrscheinlich Jörg Träger-Problem. Keine Ahnung. Im Deutschen heißt das Ziegenproblem. Folgende Situation. In einer Spielshow gibt es ein Spiel, eine Situation, in der es drei Türen gibt, die verschlossen sind. Ich skizziere die Türen mal hier hin. Drei Türen, die verschlossen sind. Drei Türen, die verschlossen sind. Und ja, der Spieler, die Spielerin ist zusammen, also eine Person spielt und es gibt den Moderator, den Spielleiter. Und die Person, der Spieler, ich nenne jetzt mal den Spieler, oder die Spielerin, okay. Der Spieler steht jetzt da und soll sich für eine der drei Türen entscheiden. Er weiß, hinter einer Tür ist ein Auto, das man gewinnen kann. Und hinter den anderen beiden Türen ist jeweils eine Ziege. Als, ja, wie sagt man bei Glücksspielen? Also ein Los, das nicht gewinnt, ne? Das fällt mir gerade der Name nicht ein. Niete, danke, Rainer, Niete. Eine Niete, genau. Also, hinter einer Tür ist das Auto, hinter den anderen beiden ist eine Ziege. Im Deutschen, bei Geos Ganze war das der sogenannte Zonk. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Man wollte nicht den Zonk haben, sondern das Auto hinter der Tür. Genau, Knochiol, Zonk. Okay. Also, jetzt entscheidet man sich für eine der drei Türen. Und der Spieler entscheidet sich zum Beispiel für die Tür 1, okay. Also, entscheidet sich zum Beispiel für diese Tür hier. Sagt, ich nehme Tür 1. Kann man vielleicht nochmal beschriften hier. Tür 1, Tür 2, Tür 3. So, jetzt sagt er, ich nehme Tür 1. Und dann wird aber nicht aufgemacht, sondern der Spielleiter öffnet zuerst eine der anderen beiden Türen. Also zum Beispiel diese Tür hier, Tür 3, ne? Und er öffnet die und dahinter ist eine Ziege. Er weiß ja, wo die Ziegen sind und wo das Auto ist, ne? Der Spielleiter. Das heißt, er öffnet eine der anderen beiden Türen, eine Tür hinter der eine Ziege ist. Ich zeichne hier mal eine Ziege. Na, ich kann keine Ziege zeichnen. So, Ziege. So, da ist jetzt eine Ziege dahinter. Und jetzt fragt der Spielleiter die entscheidende Frage. Bleibst du bei Tor 1 oder möchtest du wechseln? Ab jetzt ist das Haas ein Problem rein. Ja, genau. Also, bleibst du bei Tor 1 oder möchtest du wechseln? Der Spielle hat also jetzt die Möglichkeit, noch entweder bei seiner ersten Entscheidung zu bleiben oder das Tor zu wechseln. Und dann wird aufgemacht. Dann wird aufgemacht. Und dann hat man entweder ein Auto gewonnen oder einen Zonk oder eine Ziege. Jetzt ist die entscheidende Frage. Ist es besser, bei seiner ersten Entscheidung zu bleiben? Oder ist es besser zu wechseln? Oder ist es egal? Aus dem Bauch raus. Wer die Lösung kennt, nicht cheaten, bitte. Nicht spoilern. Sorry, ich meinte nicht spoilern. Also, Mario sagt wechseln. Christo Mati sagt bleiben. Was sagen die anderen? Aus dem Bauch raus. Wenn ihr die Lösung nicht kennt. Linda sagt egal. Martin kennt die Lösung, hält die Klappe. Jetzt haben wir alles schon mal. Wechseln haben wir, bleiben heiß haben wir und egal haben wir. Einige kennen es schon. Okay, halten die Klappe. Sehr gut. Das Entscheidende ist natürlich dann später, dass wir uns die Lösung so visualisieren, dass wir verstehen, warum die richtige Entscheidung sozusagen auch so ein besseres Ergebnis führt. Alle drei Fälle durchspielen, schlägt Martin vor. Der Brenner schreibt, ich würde die Ziege auch nehmen. Ja, ja, genau. Ich würde die Ziege auch nehmen. Na klar. Okay. Also. Es ist besser zu wechseln. Es ist besser zu wechseln. Also zu sagen, okay, nee, pass auf. Ich nehme jetzt Tür Nummer zwei. Aber wieso? Das ist die gute Frage, genau. Vielleicht noch ein bisschen Background-Story. Damals gab es eine Frau in den 80er Jahren. Die hieß Marilyn Vos Savant. Ich glaube, man spricht sie so aus. Bin mir nicht sicher. Ich habe heute ein bisschen gegoogelt, wie man die ausspricht. Und Marilyn Vos Savant hatte eine Kolumne, Ask Marilyn, bei einer Zeitschrift. Und damals hat eine Leserin, glaube ich, oder Leser, weiß nicht, hat dieses Ziegenproblem ihr gestellt und sie gefragt, was besser ist, zu bleiben oder zu wechseln. Und sie hat damals gesagt, zu wechseln. Man muss noch sagen, Marilyn Vos Savant galt damals als der intelligenteste Mensch der Welt. Weil sie unglaublich hohe IQ-Werte erzielt hatte. Alles natürlich jetzt, okay, weiß man nicht so genau. Weiß nicht genau, wie valide diese Aussage ist, aber sie war halt irgendwie sehr intelligent. Okay. Oder galt als sehr intelligent. Und sie hat damals gesagt, nee, nee, wechseln ist besser. Und daraufhin ist ein Sturm an Leserbriefen losgegangen. Auch darunter auch Mathematiker, Mathematikerinnen, die gesagt haben, nee, was das denn für ein Quatsch, ne? Also sie hat wirklich Irritationen hervorgerufen durch die Behauptung, man muss wechseln. Und, ah, cool, Kurzschuss, danke. Kommt wohl im Film 21 vor mit entsprechenden Erklärungen. Okay, interessant, wusste ich nicht. Kann man mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben da eine riesige Welle an Widerspruch. Und sie musste, glaube ich, noch eins, zweimal Erklärungen hinterher schieben, um davon zu überzeugen, wechseln ist besser. Ah ja, laut Wikipedia gab es die Kolumne 1990. Okay. Also Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Gut, jetzt die Frage, warum ist wechseln besser? Warum es wechselt besser? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich zeichne das Bild nochmal ein bisschen kleiner. Machen wir noch weg. So. Okay. Zeichne noch mal ein bisschen kleiner. Also, wir haben drei Türen, ne? Zeichne noch mal hier hin. So, drei Türen. So. Okay. Und, ähm, jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass das Auto hinter der ersten Tür ist und die Ziege oder der Zonk hinter Tür zwei und Tür drei. Ist egal, können auch jede andere Situation sein. Wir nehmen jetzt mal diese Situation und, ähm, überdenken mal durch, welche Fälle es geben kann. Ja, also. Natürlich. Restomatie, ein Baumdiagramm. Sehr gut. Wir machen ein Baumdiagramm. Genau. Wir machen ein Baumdiagramm. So. Also, was war nochmal der erste Schritt? Die drei Türen. Man sieht jetzt nicht, wo hinter was ist, ne? Auto oder Zonk oder Ziege. Die drei Türen sind zu und der Spieler entscheidet sich für eine der drei Türen. Das heißt, er hat drei Türen zur Auswahl, kann jede gleichermaßen wählen. Die Wahrscheinlichkeit also für Tür eins ist ein Drittel, für Tür zwei ist ein Drittel und für Tür drei und für Tür drei ist auch ein Drittel. So, das sind die Türen. Okay? So. Das heißt also, in dem ersten Fall entscheidet er sich für, ah, das machen wir vielleicht mal farbig, warte mal. Im ersten Fall entscheidet er sich für Tür eins und die anderen beiden Türen nicht, natürlich. In der Situation zwei entscheidet er sich für die zweite Tür und in der Situation drei für die dritte Tür. So. Okay. Wir wissen, unter der erste ist das Auto, aber wir wissen es ja noch nicht. So. Jetzt öffnet der Moderator eine Tür. Eine der anderen beiden Türen. In welchen Fällen hat der Moderator keine Wahl? Linda Leuschen sagt, wenn man Tür eins wählt. Naja, wenn ich Tür eins gewählt habe, gucken wir es uns mal näher an, wenn ich Tür eins gewählt habe, dann ist ja dahinter das Auto. Hinter Tür eins. Das heißt, der Moderator, der kann jetzt Tür zwei oder Tür drei öffnen. Genau, dann hat der Moderator die Wahl. Genau, dann hat der Moderator die Wahl. Also, in dem Fall gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten. Der Moderator öffnet Tür zwei oder Tür drei. Also hier mit Wahrscheinlichkeit ein Halb jeweils. Das ist jetzt wirklich egal. öffnet der Moderator Tür zwei oder Tür drei. Das heißt, wie zeichne ich das jetzt? hier hat er Tür zwei geöffnet und hier hat er Tür drei geöffnet. Wie sieht es bei den anderen beiden Fällen aus? Ah ja, Linda schreibt, wenn eine Ziege Z gewählt wurde, hat er keine Wahl mehr, da er die andere Ziege zeigen muss. Genau, also in diesem Fall hier, in Fall zwei, habe ich eine Ziege gewählt, nämlich die mittlere Tür, die Tür Nummer zwei. das heißt, er kann eigentlich nur die rechte Tür aufmachen. In diesem Fall hier kann er nur die rechte Tür aufmachen. Ich mache die rechte Tür auf und ich hatte die zweite Tür gewählt. Das heißt, seine Wahl hier, die Wahrscheinlichkeit eins, er kann nichts anderes machen, außer diese Tür öffnen. Und in diesem Fall hier hinten genauso, auch mit Wahrscheinlichkeit eins, muss er die zweite Tür öffnen, weil, na, die erste kann er nicht öffnen, weil da das Auto dahinter ist. so. Oh, man sieht es nicht so ganz, ja, sorry. So, okay, danke. Okay, wie sieht das jetzt aus? In welchem Fall sollte man wechseln und in welchem Fall sollte man bleiben? Also wie sieht es in der ersten Situation aus? Wenn ich schon das Auto gewählt habe, grün, ich habe die grüne Tür gewählt, da ist das Auto dahinter, sollte ich hier wechseln oder bleiben? In diesem Fall sollte ich bleiben, genau. Also hier sollte ich bleiben in der Situation, hier sollte ich bleiben und hier sollte ich auch bleiben. und die Wahrscheinlichkeit für einen dieser beiden Fälle ist jeweils ein Sechstel, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist jeweils ein Sechstel. In den anderen beiden Fällen muss ich wechseln, genau, In den anderen beiden Fällen muss ich wechseln, denn da ist definitiv hinter der anderen Tür das Auto und diese Fälle haben beide die Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Das heißt, ich habe eigentlich drei Fälle. Diesen kann man auch zusammenfassen mit einem Drittel, ne? Ich habe eigentlich drei Fälle. In dem einen Fall habe ich das Auto am Anfang schon gewählt. Da sollte ich auf jeden Fall bleiben, aber in den anderen beiden Fällen habe ich beim ersten Mal eine Ziege gewählt und in diesen beiden Fällen sollte ich wechseln. Also, in einem der drei Fälle ist es sinnvoller zu bleiben, in zwei der drei Fälle ist es sinnvoller zu wechseln. Also, mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit ist es besser zu wechseln als zu bleiben. So, was sagt ihr dazu? Genau, Mario sagt, da man aber zu dem Zeitpunkt nicht weiß, was man hat, macht es immer Sinn zu wechseln, dann nur bei ein Drittel Wahrscheinlichkeit lohnt sich das Bleiben. Genau, ich weiß ja nicht, wo ich bin, ne? Also, im ersten Fall würde sich das Bleiben lohnen, aber in den anderen beiden Fällen würde sich das wechseln, lohnen. Also, in zwei von drei Fällen würde sich das wechseln lohnen. Also, wechsle ich auf jeden Fall, weil ich dann mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit das Auto gewinnen werde. Was denkt ihr drüber? Überrascht es euch? Ist nachvollziehbar? Gibt es noch Fragen dazu? Linda fragt, wieso ein Sechstel und nicht zwei Sechstel? Also, es ist die Pfadregel bei Wahrscheinlichkeiten, wenn ich so einen Pfad hier links habe, ich zeichne mal hier rot ein, ein Drittel und ein Halb. Mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit gelange ich auf den linken Ast und dann mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb weiter auf den ganz linken Ast und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt den roten Pfad entlang laufe, ein Drittel mal ein Halb bis ein Sechstel. Und das habe ich hier zweimal. Das ist eigentlich eine etwas kompliziertere Darstellung, die nicht wirklich nötig ist. ihr dürft auch das mit, die Überlegung hier mit den Sechstel und so, das hier kann man auch ausblenden. Wenn man sich einfach hier oben auf dieser Ebene überlegt, es gibt eigentlich nur drei Fälle. Entweder am Anfang habe ich gleich das Auto gewählt oder in den anderen beiden Fällen habe ich eine Ziege gewählt am Anfang. Das heißt, insgesamt ist es besser zu wechseln, weil in zwei der drei Fälle ein Wechsel bedeutet, ich bekomme das Auto. Ich habe Peter nicht nur gemerkt, dass ich das Auto